Hmm, ich weiß, dass meine Schlüsse hier sind. Ah, hier! Patrick, Paleontologist. Siehst du mein Auto? Mein Auto ist eine Zeitmaschine. Heute fahren wir zur Kreiderzeit. Komm mit! Whee! Blitzschnell! Oh, das war ein Baum. Wir sind in der Kreidezeit. Es gibt viele Raptors hier. Volle Deckung, ich sehe etwas. Oh nein, es gibt einen Deiner Nikes. Er ist ein Fleischbesser. Deiner Nikes könnte bis zu 3.3 Meter lang werden. Seine Zähne sind sehr scharf. Ganz recht. Bitte geh weiter, Deine Nikes. Geh weiter. Oh nein, dieser Raptor ist ein Utahraptor. Er ist sehr groß. Ah, ich fahre weg. Hier ist ein kleiner Dinosaurier. Er heißt Archeopteryx. Er hat Federn wie ein Vogel. Archeopteryx ist in der Dinosaurierfamilie Theropods. Velociraptor ist auch ein Theropod. Velociraptor und Archeopteryx sind ähnlich. Schau mal, Velociraptor geht. Velociraptor, Archeopteryx und andere Theropods haben Fuße wie Vögel. Siehst du die Fußabducke? Ja, der Dinosaurierfußabduck ist wie ein Huhn. Vögel sind Dinosaurier. Okay, lassen wir uns nach Hause fahren. Hmm, ich weiß, dass meine Schlüsse hier sind. Ah, Patrick, Paleontologist. Ah, ich weiß, dass meine Schlüsse hier sind. Ah, ich weiß, dass meine Schlüsse hier sind. Achtschäuen hier. Ah, ich weiß. Bis zum nächsten Mal.